Ja, mach, mach, mach. Dann kannst du machen, was du willst. Haben ist besser als brauchen. Feinde sind hier noch in der Nähe, Achtung. Schleichen sich hier noch irgendwo durch die Gegend. Ja, bing. Direkt bei mir, eingraben weiter, eingraben weiter hier vor mir. Achtung, direkt vor uns, eingraben weiter, 5 Meter vor uns. Wir sind gerade drin. In die Hardcap reinkommen, in die Hardcap. Keine Ahnung, woher. Direkt vor mir sind noch immer Feinde. Wir haben hier ne Garni oder sowas. Mein Name definitiv ne Garni nerdlich von mir. Garni wird heiß. Ja. Direkt ab. Jo mach, mach, mach. Dann kannst du machen, was du willst. Haben ist besser als brauchen. Feinde sind hier noch in der Nähe, Achtung. Schleichen sich hier noch irgendwo durch die Gegend. Bei bing. Jep. Ich hab' den Bewegungsmangel noch. Direkt bei mir, eingraben weiter, eingraben weiter hier vor mir. Achtung, direkt vor uns, eingraben weiter, 5 Meter vor uns. 5 Meter Richtung, 3,20. Ich bin im Graben drin. Ich lag so unauffällig. Ich will erstmal weiter euch Posten verteidigen. Den Graben durchgehend Dark Omen. Und dann kommt Gritta. Okay. Los Leute, folgt dem Kollegen Dark Omen durch den Graben durch. Sichert den Graben. Zweimal noch mit in die Hardcap. In die Hardcap reinkommen, in die Hardcap. Wir brauchen mehr Leute in der Hardcap. Behorch Posten. Ja, Aufklärung kommt, die Behorch Posten. Keine Ahnung woher. Wir haben uns keinerから hingeb Keeping. Wir haben uns klar, alles verweilen. Die haben wir gar nie... Fuck. Die haben wir gar nie hier direkt imalaure Halal drunk. Und die kommen doch hin. Da habt ihr sehr schön gedacht, die kommen zum Mausen passen. Jo. Ich kümmer mich drum. Außen muss es stehen. Und direkt wieder heiß. Warm. Panther kommt jetzt auch wieder zum Hardware. Okay. So. 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 Unbedingt, unbedingt. Captain. Werteidigen Wider. Verteidigen wieder. Oh. Die Granate hat gesetzt. Die zweite auch. Andersverstärkt nun bitte bereit halten für Horchposten. Feind kommt immer noch stark aus Nord. Die machen die kompletten Russentaktiken Jungs, die springen hier mit schießenden Krämen rein. Der Smoke ist das. Wir springen auch wieder rechts rein, die rechte Flanke, rechte Flanke vom Horchbosten aufrecht bauen. Das erinnert mich an Hexor Ridge, die eine Szene. Das ist hier Hexor Ridge. 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 Das ist hier Hexor Ridge.